Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute mal wieder auf YouTube und mache heute mal ein Reagieren-Video. Ja, und ich mache das zusammen mit Max. Und ja, er und ich will machen das jetzt zusammen. Wir gucken uns dieses 3-minütige Video an. Und dann können wir noch mal kurz drüber sprechen, wie wir es erfunden haben. Und dann wäre das auch schon wieder das. Also heute nur mal ein kleines Video. So, legen wir mal los. Kleine Uhr mit Westminister. Also sieht man, die ist von Hermle. Sieht man, glaube ich. Das ist von Becker. Ja, genau, das muss ich ja auch jetzt immer machen. Habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt. Westminister. Ja, so eine habe ich, glaube ich, auch so. Na ja, mit einer anderen, mit der, bei dir ist so ein Zahn aufgewildert. Ja, so ähnlich. Oh, ich sehe hier gerade, Leute, ich sehe hier gerade ein bisschen Lego an der Ecke. Also, ja, ganz unten rechts, ich habe da gerade so eine grüne Lego-Figur gesehen. Das ist ja auch praktisch. Da hast du so links und rechts so ein paar Schrank, Schrank, oder wie so ein Schrank. Kannst du dann reinstellen. Eigentlich auch praktisch. So eine habe ich auch, aber eben mit rund und nicht mit eckig. Ich sehe gerade, der YouTuber, der hat nicht ganz so viele Uhren, aber trotzdem sehr schöne Uhren. Das ist auch was. Sieht mir zwar mechanisch aus, aber ja, nee, ist nicht mechanisch. Das ist nur Andeutung vorne, also. Ja, ich weiß. Also, sieht auch mechanisch aus, aber es ist eben elektronischer Klang. Das hört man auch ein bisschen. Aber. Welchen Schlag ist das? Das ist auch Westminster Schlag. Also, er hat, er ist, war ein Fan von Westminster. Bin ich ja eigentlich auch. Hier ist eine Kaminuhr drin, aber ohne Ziffernblatt. Boah, cool. Richtiges Schlagwerk von einer Rechenschlagwerkuhr. Also, diesen Rechen, den ihr gerade gesehen habt. Ich kann ihn nochmal zurückspulen. Hier, da. Dieser Rechen, was da da vorne ist, das ist, daran sieht man, dass es ein Rechenschlagwerk hat. Also, das ist in der Mitte, das? Genau. Okay. Das ist in der Mitte, das ist so ein Rechenschlagwerk eben. Das ist Sonic. Ja, Sonic, der Hedgehog und ein Minion. Ganz nett. Auch so ein kleiner Bäcker. Ich sehe ja gerade, das hat alles geflüchtet in deinem Zimmer stehen. Na? Habe ich so ein extra Zimmer wie du? Ne, ich habe keinen. Ich habe, ja, ich habe ja ein extra Zimmer für meine Uhren. Aber eigentlich, eigentlich hattest du auch gut dekoriert eigentlich. Ja. Also, ich fand das Video ganz gut. Das war heute mal ein kleines Video. Ich sehe gerade schon, er hat 270 Abonnenten. Kann ich ja gleich mal vorbeischauen. Habe ich ihn jetzt abonniert. Und, ja, geliked habe ich ihn auch schon. Also, von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao.